ja hallo da bin ich wieder Elevale ich glaube das wird mein standard begrüßungsspruch sein ich habe ja versprochen diesmal team drive match auszuprobieren einfach mal um zu sehen noch mal für mich und um richtig sicher zu gehen dass es am system liegt dass ich bei massenschlachten unflüssig werde und um halt auch ein bisschen abwechslung mit hier in den kanal zu bringen beitreten weil an sich sollte ich ja können ja okay dann bin ich in blau drin das ging schnell ich glaube den nadelbildschirm kann nicht drinnen lassen er lebt noch keine ahnung so rein die nase juckt höfe nicht jetzt bitte nicht jetzt geht hier ab du kannst mich haushalten ich störe nur kann ich was sagen hallo oder so ja hallo ja hier ist alles perfekt für sich was hat er da geworfen nein ich wollte stechen aber auf die winde bin ich diesmal nicht reingefallen wie man vermutlich gesehen hat das würde jeder dann los160 was von ja das1000 mit dem rum geäldbeeren das ist ein seriöses display ab auch es ist auch ein fändchen im gar das heißt was jetzt schon damit gut ich glaube ich nehme einfach mal weiter auf weil drei minuten ein bisschen zu wenig oder aber bei der menge an gegnern funktioniert das ganz gut und wie geht es euch so lebt ihr noch blau nein ich will wieder blau die blau vor sie sind good sirs wenn schon denn schon bitte ja zwei mehrzahl also ja 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 dieser schlingel ne wo was war das da was kam da gerade toll ja ich konnte mich bewegen ich steckte fest naja passiert aber es ist so flüssig und es ist so herrlich nein ja gleich weiter nein das sollte meiner sein da schmeißt jemand ein steinchen ja geil nein ich wollte steine nehmen was sollte ich mit dem großschwert das sollte ich lassen um mich zu stören schmeißt jemand steine nein ja 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 Damn it! Wait, Sekund? oh mein gott das war doch so gut für mich getötet war da am sterben okay To who I guess? Oh, ein Schild. Ah, brauche ich nicht. Was sind die denn? Ah. Ah. Ach, der schmeißt mit Steinen rum. Wow. Piksenden Popo. Nein, das sollte... Ach, kommt schon, Leute. Wie, ich kann mit Steinen auch. Oh, Steine sind ja voll lustig. Hihihihih. Oh. Das waren sie schon. Hihihih. Ein Stein, lieber Einstein. Oh. 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 Hey, liebe Mamba. das war sehr schwach für mich gerade aber es läuft flüssig entschuldigung wenn ich das so auf der wehne aber es ist halt so ich bin ziemlich kein kommentar das war schwach von mir konzentration hoch aus gesehen dass die mobile geöffnet gute stände lasse ich mir liegen was habe ich denn gesagt es 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 Nein! Oh, noch ein Schiff! Oh, hier ist es ja sehr bequem! Aber echt? Nein! Das sollte meiner sein! Na gut! Ja gut, das war jetzt eher Glück als Skill! Hat denn eine Pfanne geworfen? Was war das? Ich habe doch geblockt! Wie lange geht das eigentlich? Das sind schon 14 Minuten! Ich habe keine Ahnung, was ich mir gerade gedacht habe! Super Frank hier! Ich habe keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung, was ich in der Nähe? Oh! wow das war ja voll eine glanzleistung von mir ich glaube nicht ich schaffe es nicht sofort zu blocken mein reflex zum blocken nach dem angriff ist eingeschlafen aber ist sowas von hilfe man ich bin schön wieder stecken geblieben irgendwo ich bin Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Mann! 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 Das war's. Das war's mit dieser Runde. Wie es scheint, muss ich das Kämpfen hier üben. Ja, ich glaube, ich übe ein paar Runden hiervon nochmal und dann, keine Ahnung, mache ich daraus ein separates Video, wie man sieht, wie ich mich hier gemacht habe. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, wie man sieht, muss ich noch viel lernen, noch viel lernen, du musst junger Badermann und bis zum nächsten Mal. Ciao.